Musik Keiner will sterben, das ist auch klar, wozu sind dann da, Kriege da? Herr Präsident, du bist doch einer von diesen Herren, du musst das doch wissen, du kannst mir das mal erklären. Deine Mutter will ihre Kinder verlieren und keine Frau, ihren Mann. Also warum müssen Soldaten losmarschieren, um Menschen zu ermorden? Mach mir das mal klar, wozu sind Kriege da? Herr Präsident, ich bin jetzt zehn Jahre alt und ich fühlst du mich in dieser Atomwacht-Liedenwand. Sag mir die Wahrheit, sag mir das jetzt. Wofür wird mein Leben ausspielen gesetzt? Bringen mal die anderen, sag mir mal warum. Sie raten die Gewehre und brengen sich gegenseitend um. Sie stehen sich gegenüber und können Freunde sein. Und bevor sie sich kennenlernen, schießen sie sich drück. Ich find das so bekloppt, doch warum muss das so sein? Die all die Milliarden Menschen überall auf der Welt, die fragt, ob sie das so wollen, oder geht's da auch um Geld? Geld für die wenigen Bossen, die die Tanzer und Racken baut, an Gold und Milliarden kaufen, für ihre eleganten Frauen. Ich sag mal nebenbei auf, um so religiösen Zwist, dass man sich nicht einig wird, welcher doch nun der wahre Rüst. Oder was gibt's da noch für Gründe, die ich genauso bescheuert find? Na ja, vielleicht kann ich's noch nicht verstehen, welche Kriege nötig sind. Ich bin wohl noch so klein. Ich bin ja nur ein Kind. Danke.